Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1905 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bevor ich mit meiner Designarbeit beginne, trinke ich erst einmal eine Tasse Kaffee. Bevor ich mit meiner Designarbeit beginne, trinke ich erst einmal eine Tasse Kaffee. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Hier ist mein Vorschlag zu diesem Thema. Lies ihn dir bitte einmal durch. Hier ist mein Vorschlag zu diesem Thema. Lies ihn dir bitte einmal durch. Hier ist mein Vorschlag zu diesem Thema. Lies ihn dir bitte einmal durch. Mein Hund und ich verstehen uns auch ohne Worte. Mein Hund und ich verstehen uns auch ohne Worte. Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Meine Freundin hat mir dieses Serum für die Gesichtspflege empfohlen. Wir müssen auf dieser Straße weiter nach Norden fahren. Es sind noch circa sieben Kilometer. Wir müssen auf dieser Straße weiter nach Norden fahren. Es sind noch circa sieben Kilometer. Der Abend war wunderschön. Wir sollten uns öfter treffen. Der Abend war wunderschön. Wir sollten uns öfter treffen. Der Abend war wunderschön. Wir sollten uns öfter treffen. Hockey ist mein Lieblingssport. Im Verein spiele ich seit drei Jahren. Hockey ist mein Lieblingssport. Im Verein spiele ich seit drei Jahren. Hockey ist mein Lieblingssport. Im Verein spiele ich seit drei Jahren. Das Auto hat eine Panne. Deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Als Führungskraft in diesem Unternehmen muss ich meinen Kollegen immer ein Vorbild sein. Als Führungskraft in diesem Unternehmen muss ich meinen Kollegen immer ein Vorbild sein. Ich verstehe dich nicht. Gestern waren wir uns noch einig und heute stellst du dich komplett gegen mich. Ich glaube, du meinst wirklich, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, du meinst wirklich, was du gerade gesagt hast. Denk bitte noch einmal genau darüber nach. Ich bin so froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Ich bin so froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Das jahrelange Lernen hat sich gelohnt. Ich bin so froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Ich bin so froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Das jahrelange Lernen hat sich gelohnt. Ich bin so froh, dass du die Prüfung bestanden hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Entscheidung ist nicht leicht. Wer könnte mir helfen? Ich war bei der Maniküre. Gefallen dir meine roten Fingernägel? Ich habe den Sieg knapp verpasst und freue mich über die Silbermedaille. Ich habe den Sieg knapp verpasst und freue mich über die Silbermedaille. In meinem Restaurant biete ich den Gästen traditionelles japanisches Sushi an. Mein Chef hat mir eine zusätzliche Aufgabe gegeben. Deshalb habe ich keine Zeit für die Mittagspause. Mein Chef hat mir eine zusätzliche Aufgabe gegeben. Deshalb habe ich keine Zeit für die Mittagspause. Das ist mein Sohn Peter. Er wird morgen neun Jahre alt. Das ist mein Sohn Peter. Er wird morgen neun Jahre alt. Es war die richtige Entscheidung, heute hier hinzugehen. Ich bin so glücklich. Es war die richtige Entscheidung, heute hier hinzugehen. Ich bin so glücklich. Wir sind Freiwillige, die heute zusammen den Strand säubern. Wir sind Freiwillige, die heute zusammen den Strand säubern. Wir sind Freiwillige, die heute zusammen den Strand säubern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ich finde die ersten verschiedenen Augen und es ist Pizza.